Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir haben tatsächlich die Zahlen schon gehört, die uns in eine Position gebracht haben, die wir uns vielleicht so gar nicht ausgesucht hätten. Es ist nicht der Normalfall, dass ein Staat wie der unsere über eine Frage, die wir bisher eigentlich als entschieden angesehen hätten, entscheiden muss. Aber die Hunderte von Fällen von Mädchen, um die es im Normalfall, im Regelfall geht, zwingen uns, unsere Haltung zu dem, was wir als schützenswertes Gut gerade auch nach dem Grundgesetz ansehen, zu überdenken. Insofern ist die eine Folge, ein Ehealter anzuheben, glaube ich, wirklich ein unstrittiges Thema. Aber der viel wesentlichere Punkt ist natürlich schon die entscheidende Botschaft zu sagen, halten wir es als Gesellschaft aus, ein Mädchen in einem Alter, in einer Ehe zu belassen, bei dem unsere anderen Gesetze, zum Beispiel das Strafgesetzbuch, einen ganz besonderen Schutz ausbreitet. Wo wir sagen müssen, aha, also aus zumeist religiös motivierter Natur heraus, sind wir bereit, diese Rechtsetzung, dieses Beispiel, diese Vorgabe hinten anzustehen. Deshalb kommen wir zum Ergebnis. In dieser Frage kommt es ganz besonders darauf an, dass unter 16 auch ein besonderer Schutz diesen Mädchen zuteil wird. Deshalb ist die Regelung diejenigen, auch wenn man versucht, sich die Welt hier zurechtzubieten, wirklich die, dass wir am effektivsten, am direktesten und vor allem am schnellsten durch die Nichtigkeitslösung diesen Mädchen wirklich helfen können. Worum geht es? Es geht darum, dass die entscheidende Botschaft doch diejenige ist zu sagen, egal mit welcher Lösung Sie hantieren, es geht immer um die Frage, können Sie ein solches Kind aus einer Ehe, die Sie angeblich nach unserer Vorstellung ja freiwillig eingehen müsste, eine Ehe kann eben nur selbstbestimmt freiwillig eingegangen werden, dass Sie diese Ehe, wenn wir das der Tatsache widersprechen und sagen, da gehört noch ein Entwicklungsstadium dazu, nicht einfach als einen Bestand ansehen dürfen. Das tun Sie aber durch die Aufhebungslösung. Wenn Sie der Auffassung sind, dass das die einzige Möglichkeit ist, nehmen Sie nicht nur billigend, sondern real in Kauf, dass dieses Kind Monate um Monate in einem Zustand bleibt, den wir eigentlich ablehnen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir eigentlich schützen müssen. Und dann gehen Sie diese ganzen praktischen Fragen doch bitte mal mit uns durch. Wie glauben Sie denn, lassen Sie eine unter 16-Jährige laden bei einem solchen Vorgang? Wie glauben Sie denn, dass Sie ohne diesen Ehemann darüber in irgendeiner Art und Weise an dieses Kind herankommen? Glauben Sie, ein Ernstes, dass Sie eine, Kollege Hoffmann hat es gesagt, eine freiwillige, selbstbestimmte Einlassung zu diesen Themen bei der Befragung bekommen? Das ist doch irreal. Es ist doch so, dass dieser Fall unter keinen Umständen funktionieren kann. Selbstverständlich sind wir uns der Tatsache bewusst und glauben Sie uns, wir haben es uns ja nur wahrlich nicht einfach gemacht, dass es zu Abgrenzungsproblemen kommt, dass wir genau wissen, dass wir auch verfassungsrechtlich sehr gründlich argumentieren müssen und dass wir selbstverständlich bei der Frage Eestandsrecht aus dem Ausland auf der einen Seite, dass wir bei der Frage, aber auch der Frage Erfolgen dieser Eheschließungen durchaus aufpassen müssen. Im Normalfall passiert dem 16-jährigen Mädchen eigentlich nichts, weil es im Grunde in den Status eines unbegleiteten Minderjährigen zurückkehrt. Vor allem glauben Sie allen Ernstes, dass es bei einer 12-, 13-, 14-Jährigen zu Versorgungsausgleichsansprüchen kommt auf dem Weg nach Deutschland. Viel wichtiger ist doch die Tatsache der Hunderten von Fällen, die tatsächlich auf einer Fluchtrude einem älteren Mann anverkauft werden, weil derjenige sich dadurch bessere Chancen ausrechnet. Das ist der Umstand. Das ist die Realität und nicht eine herbeigeredete Form von einer Verfassungsdiskussion, die wir tatsächlich nicht führen können. Wenn Sie wollen, dass wir das Gebot des Schutzes der Ehe wirklich ernst nehmen, dann nehmen Sie aber auch die Folgen unseres Rechtsstaates ernst. Dann wird der einzige Fall wirklich der sein, dass wir bei all den Fragen, bei all den Schwierigkeiten auch der Abgrenzung ein Gebot haben müssen. Das bedeutet, wir müssen den Menschen ein deutliches Zeichen geben, was die Ehe in unserem Land bedeutet. Dann heißt es immer, das könnte man natürlich auch durch Richterspruch in der Aufhebung machen. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder Psychologe, jeder Soziologe, jeder Historiker sagt uns, dass die Tatsache, wenn ein Richter eine Ehe aufhebt, indem er bei der Aufhebungsentscheidung entscheidet, immer gesagt werden wird, der hat was gegen mich. Das sind rassistische Erwägungen. Gesetz ist Gesetz in diesem Land. Wenn unsere Rechtsordnung sagt, dieses Recht der Ehe gilt für uns unumstößlich, dann kann eine Ehe mit Minderjährigen unter 16 tatsächlich nur nichtig sein. Dann kommt es zur Folge, dass wir der Auffassung sind, diese jungen Mädchen gehören nicht in die Ehe, sondern die gehören tatsächlich auf die Schulbank. Vielen Dank.